Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play äh 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 Kontistags aus auf der Map ZE oder CM Artix Helikopter ich weiß ein ZE oder ZM was ist das da hinten? oh schon das so nässliches Bild, egal hoffentlich komm ich da auch die Map war auch immer ziemlich cool und wir haben scheiß viel Glück dass der Zombie da gerade runter gesprungen ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich geh weg ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg fuck fuck it oh man warum, warum triffts, warum, ja egal erstmal das ist ein bisschen zu hoch eingestellt hier Maus so halt ist immer blöd wenn man eine Maus hat wo man an sich schon die ich weiß gar nicht wie man das nennt DPU oder Empfindlichkeit einstellen kann und da nervt es halt immer die Map ist ziemlich schwierig zu spielen weil der ganz zum Schluss erst der Helikopter Club kommt der einen rettet und ja man muss halt ganz hier hoch laufen damit man da rüber kommt das habe ich jetzt einmal wieder verpeilt her äh so ne Kacke ja und der Anfang ist natürlich immer schwierig das wissen wir ja da sterben immer viele außerdem habe ich dann wieder viel Zeit um mir das ganze mal anzuschauen Lass dir mich in Ruhe hier Kack Pupser Rotzlöffel da muss man mal als erstes hin hier glaube ich da hat eine ziemlich gute Chance zu überleben aber Gott wollte es nicht so dass ich hier spawn auch da alles ist so gut wie möglich man muss nämlich ganz knapp und diese Kackleiter dahin springen aber wenn die da Dauerfeuer machen da komm schon hier hoch hallo vor allem ich glaube wenn man hier steht nein die schießen die schießen drauf egal was der macht ich glaube die merken das sogar immer die Leute wo eher so ruhig sind und eher darauf achten die sind viel gefährlicher alles die Leute die ja es zu offensichtlich machen der kann eh nix kommt dann nicht mal da hoch so jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt wenn die mal wegschießen dann guckt der schießt dann nämlich schön immer da drauf das ist leider nach aber ich komme einfach nach dem das sind einfach zu viele ganz ehrlich und jetzt kommt der Kackeli das Gute ist nur es gibt eine Möglichkeit von da da hoch zu springen aber die schießen aber schön dagegen ich bleibe jetzt immer hier als Tote ich kann gar nichts anderes ja guck mal zu wie sie es hier regeln ich laufe da hoch ja der hat schon einer geschafft aber der wird ja runtergeschossen ja das ist ja immer der heikle Part dann ja hätte der erwischt dann erst mal wenn man sie dann wissen nope hier kann man auch drauf springen auf diese Räder das ist auch ziemlich cool und auf das hintere kann man soweit ich weiß glaube auch bin mir da nicht so sicher naja hier gibt es noch die Möglichkeit und das sind sie dann immer auf das Rad dann gesprungen guck hier da aber da kann man da kann man den nicht infizieren oder was ich hab der nicht ja hier schon mal ne Möglichkeit man muss es halt auch verteidigen können ich kann dann noch ein bisschen komm schon cut naja da kommt wie viel haben darf wie viele springen daneben wie so ein lemming train hier alle in den tod stützen naja haben sie geschafft jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr außer jemand könnte hier mal drauf stehen aber das geht eigentlich fast gar nicht mal dann der Head naja naja der Heli müsste jetzt eigentlich abstürzen der hat die Lampe hier gestreift und das war's bye bye naja ich denke mal jetzt hat's jeder kapiert wie man hier rauskommt und waaats gleich werde die ersten rock the road, rock the road was ne scheiße gebt da erstmal ab hier oder lebt da oh god wo lebt denn das was ist das so ein cheater was hat das so ein cheater was ist das so ein cheater ey lol der Hex voll der cheater ey Da hilft nur Vote-Kick. Bende Bastard. Weil man... Weil man den nicht töten kann. Ach Leute. Ähm. Ähm. Der darf nämlich das nicht machen, glaube ich. Das steht sogar in den Regeln. Weil man darf ja nichts machen, was den Spielfluss beeinflussen könnte. Noll. Zack. Und ja. Los geht's. Ab nach oben. Man muss halt schnell sein. Ist ja logisch, ne? Na zum Apokalypse. Lass mich in Ruhe, du. La la la. Ich pack das schon. Ich pack das schon. Ja klar. Oh Gott. Schieß was das Zeug hält. Ich hab keine Granate, das ist das Problem. Die kriegt man da weg. Die müssen wir nur alle runter schießen. Okay. Warte, 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 warte. Das schaffen wir schon. Komm, die letzten zwei, ey. Schießen einfach weg. Okay, einfach drüben. Oh, sehr schön. Nice. Nice. Geht's da runter? Oder hoch, besser gesagt. Okay, warte. Sehr schön, jetzt schieß mal. Ja. Da ist der Colt hat dann gesehen, ganz kurz. Hab ich den Anfang vom Namen gesehen. Der steht lieber da drüben. Naja. Der lebt halt lieber riskant. Das kann man auch zerstören, da muss man aufpassen, ja. Das geht wirklich kaputt, da unten eine halbe Ewigkeit. Wenn man da dann halt rumsteht und, äh, die, ähm, einmal steht da drauf und flicken wir runter. Ist auch noch komisch. Ah, komm, ich hab jetzt keinen Bock, dass die kaputt... Ah, doch. Jetzt ist es kaputt. Ich weiß gar nicht, ob das ist, äh, Zeichnerfisch, dass der Heli kommt, oder dass es sogar dafür steht, dass der Heli nicht kommt. Ich weiß gar nicht. Hier gibt's halt immer viele Secrets. Weißt du, die haben echt schon eine neue Map gewählt, oder was? Ne, das ist ein anderes Server, okay. Dacht schon. Ah, die haben auch schon aufgegeben, ja, die Zombies da unten, oder? Die mögen auch noch mal. Da hinten steht auch niemand. Ich glaub, echt die einzige Möglichkeit, die was zu reißen. Ne, auf den muss ich jetzt auch nicht schiessen, ist ein bisschen lame. Oh Gott. Können die da hoch springen von dort aus? Ist ja ein bisschen blöd, oder? Ich glaub, es war schnell, oder? Oh doch, oh doch. Schießt. 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 Okay. Das kannte ich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil, äh, ich immer die Map of Servant gespielt hab. Oh Gott, da kommt's. Da kommt der Heli. Auf Maps gespielt hab, wo nicht so viele Zombies gab, also nicht so viele Spiele insgesamt drauf könnten. Und dann ist es ziemlich einfach, das hier zu verteidigen, also noch einfacher. Es ist zwar witzig, da oben drauf zu stehen, aber dadurch, dass da so viele Zombies hingespungen sind, glaub ich da nicht, dass sich das überlebt, wenn ich da auf dem Reifen bleib. Auf dem Rad. Oh. Black. Nein. Schießt. Schießt. Okay, nach hinten. Los. So. Können wir auch noch durchtreffen. Man muss immer auf die Letzten warten. Ja, okay Gott. Die Letzten sind immer die Schlimmsten, die da so ganz knapp noch hinspringen. Wow. Ich sollte mal aufpassen, ich will das hier schon überleben. Ah. Feuerbereit. Der war jetzt nicht wirklich ein Problem. Hier geht's wieder ab. Was? Nein. Oh nein. Ich war doch schon so gut wie weg. Das Witzige ist jetzt, wisst ihr was jetzt kommt? Jetzt könnt ihr nicht mehr aufpassen, weil wir zwei noch hier drin sind. Und jetzt springen die da alle rein. Ah ne, nicht wirklich. Ach komm ey. Nur wenn wir uns so Lackaffen da direkt dran standen. Oh jetzt komm, mach doch mal. Naja. Naja. Ne, das war schon wieder. Ja, das ist echt so. Mann. Es ist immer so. Wow, so many noobs. Was? Edging. Ja, sorry, dass die da alle an diesem kack Tor da waren. Man kann auch von da hinten durchschießen, Leute. Meinen, was weiß ich nicht, das ist echt nicht. Mein gott. Ey wenn jetzt schon wieder wie irgendjer an dem kack secret ist ey. Wo ist denn dieser cold? warte da gerade kalt 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 jeder verweckt ja ja da gibt es so ein code kann man eintippen dann kommt man irgendwo halt hin irgendwo mal überlebt nein keine utzi kommen das ist schon viel besser hoffen wir mal dass uns überleben natürlich nicht erleben noch paar wir müssen so viele wie möglich hat mitnehmen hier ist niemand okay wo ich der last was ist mit dem laster passiert los rein da steckt von da vorne auf ja das ist echt kacke dass man den blockieren kann jetzt lassen das ding fahren das ist schon mal da vorne drauf steht das hat das ende man macht das ding entweder man baut das ding so dass dass es andere zombies tötet direkt wenn es hittet oder man baut das ding halt so dass es dann dadurch blockiert wird das ist immer so ein bisschen ein source bug das englisch stirbt mehr ich habe ein punkt für doppel kill bekommen auch kein das ist das was los drauf da nach und jetzt blick jetzt nur oder was wir werden wahrscheinlich sterben blockiert so wenigstens im richtigen moment auch gott ich sehe gar nichts na klar na klar weil die backen da alle rum sonderlich bleiben ich kann warten ich frage ich habe die die new gets gleich explodiert ist also schon ziemlich schnell da na na hui wenigstens blockiert jetzt niemand ja wir wissen schon wieder so vielen menschen das ist immer warum den reifen blockiert glaube ich ich weiß schon gar nicht mehr das lohnt sich nicht der macht eh nix ja der hat sich wahrscheinlich auch gut warum das finde ich plötzlich am arsch war okay jetzt muss man blocken blocken ja sehr schön jetzt kommt ich will mal wissen wie man den blogg lockt ihn ich glaube ich weiß ne ich weiß wie man block nur man muss dazwischen stehen und nur durchartig spendet das passt doch dann genau da muss man stehen jetzt bringt es nicht so schluss so weit hinten ist es bringt nichts mehr du hält egal jetzt kommt wahrscheinlich gleich der heli jetzt kommt wahrscheinlich jeder heli ich schwitze wie die ganzen leute war das so oft das werden was ich auch über hell artics penny klingt irgendwie interessant halt keine ahnung aber schon eine zm map also eigentlich eine map wo snap primär darauf wert gelegt worden ist dass man halt das ist eine naja eine flucht map wird so jetzt heißt im richtigen moment locken und dann können wir da alle hoch vor allem weil die ganzen leute dann die falsche richtung glotzen so mein gott warum warum zum teufel lass mich da drauf so jetzt nein 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 sehr schön jetzt komm 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 los drauf hier hopp geht drauf ihr lappen geht doch da schnell da hoch das war ja bestimmt auch mal kaputt davon kann manchmal ein erfolgreicher sprung abhängen was man die da unten das war die ganz mutigen wir mussten rausglotzen wenn der ein von denen erwische da hast du da hast du wirklich einen riesen schritt macht hat man vorhin gesehen dann haben die meist noch um genug munition da um die leute in die ecke zu schießen und jetzt ist eine von hinten schon gekommen ich hab's geschafft ich hab's geschafft natürlich wurde raus ein jahr ich habe ein sowas ist laufen bittschiff so was ist laufen wird schon wieder punkt gekriegt ja endlich mal hat das funktioniert ich liebe es in einem plan funktioniert wir sind nicht bei eben bei dem entnehmen bei dem et ich kann nicht mal mehr team aussprechen das muss man nur weiter geht wo ist man schon wieder gelandet hier boah danke man endlich habt ihr das auch manchmal das irgendwas plötzlich so im rücken sticht aber so wie als würde gerade das jetzt nicht irgendwie am am knochen oder so oder dass ich verspannt bin sondern so wirklich so ganz punktuell so richtigen schmerz also das habe ich nicht oft aber manchmal nervt muss man glatt mal googeln aber dabei kommt da auch nichts gescheits raus internet ist schon klasse aber auch nicht immer da geistert schon wieder so ein typ rum so wann kommt denn das das rettende bötchen naja eher ein laster aber sieht ja fast aus wie ein boot ich brauche hilfe ich habe mich selbst ich habe mich selbst untersprochen so und jetzt weg da ging ja glatt da gibt es 70 prozent auf alles ich glaube mal vorbeischauen die kammer zu schießen so ein bisschen die leute entnerven es gibt nichts was mehr nervt aber diesmal ist echt mal überleben jetzt lief ja alles gut ah gott die schriftgang ist echt ungenau aber ist natürlich klar die streut halt wie sau aber wenn es nicht trifft das ist dann halt immer so man sieht man wie der zurückfällt das ist schon ziemlich heftig oh gott oh man oh man oh man leute ich schieße paar mal und jetzt war es das für mich und ich immer da ja das sind welche schießt doch ein der kann eh nix ja schweck genau richtig und ich habe die schocken jetzt nur genommen weil ich dann im notfall habe ich dann noch so ein lackschirm ist dann ein schuss und zack und das kann halt das leben retten das hast du halt bei so einer rifle halt nicht die leidt halt nicht so schnell nach und das ist halt dann der tod schießt gleich rein was das zeug hält naja war klar ich mein was willst du da machen und seht ihr das jetzt nein jetzt musst du nachladen und das was aber wir haben sie überlebt ich habe nicht gesagt dass ich als mensch überleben will nur weil wir untot sind sind wir nicht tot ich hatte Sinn von untot viele denken ja immer so Zombies tot aber das stimmt ja nicht wir leben ja auch ja meine freunde wir haben es aber doch geschafft die menschen tun sich selbst töten mit ihrer atombombe wollten sie uns vernichten das lässt sich aber nicht zu tschüssi so typisch ey ja das schaffst du noch ja weil ich allein der Militär wisst du noch allein der Militär doch mal wir haben es geschafft mit server wechsel mit wechsel eher z m artics panic b3 t klingt wie ein roboter nein ich würde das und das so ich habe eine falsche gern aber egal ich wollte eigentlich schnell ladende schnell schießende mit lande aber ich glaube die haut dann auf die kacke ach klar ja danke gibt den schub ach man ja lass mich doch in ruhe du hält ich finde doch gar nichts ja jetzt ist schon zu spät musikal früh entscheiden ja die haben sich da schon verkämmt das kann man vergessen als dicht jetzt weiß ich auch wieder was artics panic ist das fast wie lila panic nur so eine abwandlung wieder ich werde sogar jetzt drin da wo die ganzen menschen hier in dem bereich sind schiebt doch das ding einfach mal weg guck ich rege es mal wieder mit meinem e knopf man muss immer e drücken dann hat die dinger weg wenn man oben drauf steht der witz ist nämlich wir können oben genauso wie von unten da reinkommen ja ja schießt weg schießt weg los ist das ja nein nein ja du stirbst jetzt ja da haben sie sich zu sehr auf unten konzentriert aber wer steht ja super wenn das spiel hat gerade startet das sind meistens einsatzbereit aber ich nehme jetzt doch lieber hier sowas egal ist so eine uzi aber naja ich schieße da lieber und was schnell das problem ist nur hier wird er ja wobei wenn es das rausschießen ist auch kacke die schießen ist wahrscheinlich lol natürlich jetzt bin ich der erste zombie nee einfach nein ja ja klar ja 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 wie sie denken sie könnten dann noch hochkommen ja und jetzt ach komm ich hab den doch voll erwischt naja da gibt es ja immer so assis die gehen dann zum zombie hin und drücken immer so schießen und dann ganz erwischt und dann der hänsekleber 3 am start falsch und dann geht es richtig ab da gibt es auch genug leute so da gucken sie halt immer nur in eine richtung auch lässt mich doch hier raus mein gott ich habe mich nicht ich leise dir echt meisterarbeit es liegt aber schlecht daran dass ich so viel leben habe als born zombie was er schon zu mir ja weg mit dem ding endlich nicht geschafft lieber raus schaffe ich ihn nicht naja gott da kriegt man der ist schon wieder zurückgegangen lass mich doch mal in Ruhe kann man nicht viel machen also ich lass das jetzt die anderen machen ich habe genug gearbeitet im übrigen zählt es nämlich genauso viel wenn du einen infizierten der infiziert für weitere müssen eigentlich dir fünf kills zugeschrieben werden ganz ehrlich weil das ist wirklich so dass das ja nur an dir lag dass der jetzt so viele kills gemacht hat mehr oder weniger im grunde muss ja nur schlagen da müsste ich viel mehr assist geben aber kann das ist ja kein level spiel und da ist es mir auch bums so die letzten rechte haben wir ja weg ich werde natürlich wieder gefangen ach komm man endlich da hängt man echt fest immer das ist so schlimm ah ok hier kommt sogar ein heli musste ich gar nicht jetzt macht das auch sinn hey ganz vorne tschüssi naja stimmt das ist ja auch wieder ja der artix das ist ja irgendein begriff also der künstler was weiß ich der der stelle von der map der der ist echt cool finde ich im grunde denkt man immer das ist eine ganz normale map so halt ohne äh zu flüchten ihr kennt ja keine andere ist nicht da oben aber in wirklichkeit ist es dann eine fluchtmap und jeder der da nicht dahinter kommt der stirbt ja leute schieße in die andere richtung haben wir das ding hier weg das ist so ein teufelskreis so jetzt schießt weg fertig ja klar und dann haben wir so einen idioten na genau die will ich oh oh das ist nicht gut hier und sehr schön wir haben es geschafft meine brüder und meine genossen die bruderschaft ist mal wieder gewachsen ja das ist echt gut und das problem ist halt immer du hast immer die arschkarte wenn du äh draußen bist da kommst du nicht wieder rein eigentlich der da der wird eh gleich infiziert und wenn man das jetzt zulassen dann passieren solche Sachen guckt der stimmt jetzt infiziert man muss das zeug zu halten darf man keine Gnade haben oder Mitleid ihr Mitleid weil ich schon ein Mensch ich habe die weg geschmissen ich habe die weg geschmissen oh gott guck mal da hoch Leute oh 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 jetzt sind es zu viele guck und die ganzen Blindenfische hier ja ich habe verfehlt aber ne ich schieß lieber gegen die Tür mein Gott passt doch einmal in eurem Leben auf ok dann mal los ich will doch auch mit dem Helikopter mal flüchten hier ach komm ich will da hoch geschafft sehr schön nicht rausschießen ja super das war nämlich das Ding das wahrscheinlich die dann benutzt haben um da hoch zu kommen jetzt muss man das überleben und nachher muss ich weiß gar nicht wo helfe ich jetzt würden die mal alle zurückkommen da hätten wir es halt so einfach die müssten alle nur hier stehen das sind dann immer die Helden die dann nämlich so weit vorne sind und dann macht es zack 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 und alles ist weg das ist nämlich wenn man Langeweile hat und dann ganz vorne bei der Action sein will und dann verreckt man oder solche Nubgranaten dass dann die Zombies 10.000 Meter fliegen na la la wir haben schon wieder ein neues Opfer bleibt doch mal zurück ok ich bin weg so es macht irgendwas ach man ich würde noch eine Granate schmeißen ja gut das ich weiß wie die das hin geschafft da kommt morgen hoch und dann kann man da runter springen das ist alles noch ein bisschen komisch ich weiß echt nicht wie man das hier schaffen soll weil die leute die ich weiß nicht denken zu wenig nach und beim Zombies reicht nämlich immer so 4-5 schlaue Leute und dann ist alles tot ach ja aber das war schon fast wieder noch eine Runde und dann haben wir schon noch 30 Minuten und wir haben es echt geschafft zwei Maps 30 Minuten lang aufzunehmen ohne auch nur ein einziges Mal zu überleben also besser gesagt ohne das überhaupt mal ja doch einmal ist es geschafft mit der Nuke aber wir selbst haben es nie geschafft und jetzt kommt der Heli ja wahrscheinlich äh ganz ehrlich ich finde es viel cooler wenn man in den Heli reingeht alle Zombies und dann die Leute per Atomraket oder was auch immer sterben aber nein sie müssen immer noch die letzten Menschen verfolgen ja und der größte Witz ist dann wenn die Zombies den einen suchen den finden und dann gibt es dann 5 so Lucky Guys welche halt dann lieber abkauen sind und das sind dann die letzten Überlebenden das ist schon immer witzig ah kacke nur was bringt nur um sehr schön das geht doch auch jetzt tötet ihn und ich wette auf jeden Fall wieder eine von den vorne stirbt aber ich frage mich echt wie die da runter kommen ich gucke am besten mal hier drauf immer so die packen das da ich müsste da stehen komm bleib doch einfach hinten jetzt müssen die ohne mich packen jetzt ehrlich meine Feuerkraft brauchen sie lieber hier aber wahrscheinlich hat halt der ersteller der Map sich auch gedacht ja jetzt hab ich mal da wegguckt das ist immer dasselbe guck mal mal weg der ersteller hat sich wahrscheinlich auch gedacht gut wenn hier 20 Leute drin hocken mit ein bisschen mehr Skill als die dann machst das halt vor allem wie willst du das überleben ich meine vorne und hinten kommt es jetzt von beiden Seiten das überlebt man nicht ja ich bleib hier dann machen wir sie wollen ich gucke halt zu scheiße wisse wie wir es anders glauben wenn ich da jetzt die ganze zeit drauf guckt los 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 na da sehe ich das nächste problem wenn man da überlebt dann kann man noch gegen die zombies kämpfen hier das heißt wenn eine der zwei verkackt dann war es das ne ich kann es ja nicht sein dass das system weiß dass wir zombies sind oder dann dürfen wir nicht raus los komm schon boah dort ist ewig ne es will einfach nicht der heli hoffentlich verstecken die sich gut orange box überlebt irgendwie immer ach komm warte ich schreib mal ne geht denn das na ich dachte er kommt zurück wir brauchen Unterstützung oder sowas du gehst ne es ist schwierig Leute wird schwierig ne 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 auch Mann zwar nicht schnell genug ich hab's nicht geschafft aber wie kommen die da hin Hallo damit Grenade nach so hier hat er das gepackt das ist zu hoch muss aber ein guter Springer sein naja aber richtig guck mal der Colt geht richtig ab ok ja ich gern so ich gern so viel ist ganz knapp ja ich guck hier zu ist entspannter dachte vielleicht springt da runter aber nein naja jetzt kriegt das da mal auf die reihe sonst kriegt das da auch mal hin jetzt sehe ich auch wie man am besten verteidigen könnte wenn es sich da nach hinten guckt da muss ich dann natürlich total auf die verlassen ja ich bin aber immer noch der meinung wenn sie alle hinten stehen zwei gucken hier hin die anderen oben und unten weil der ist ja nicht direkt drin der brauche dann noch mindestens eine sekunde wenn sich alle da nach hinten stellen no vote weil ich eh nicht weiterspiele habe ich mal fair müssen irgendwas wählen was ich dann selber nicht spielen würde oder macht ja kein sinn ok das leben auch noch ganz schön viele du da liegt ja niemand mehr aber die sind auf ich glaube das sind ziemlich viele durchgekommen auf der einen seite warum bin ich noch nicht dort geblieben oh gott da kommt der heli komm schon leute warum packen die das jetzt das gibt es doch nicht na jetzt komm nein oh gott ja gut ich glaube ich wurde auch abgeschossen zum teil ja 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 wir könnten es schaffen leute könnten es schaffen da gibt es immer solche patrioten da gibt es immer solche aufopferungswürdigen menschen die tun dann immer schön zurückbleiben und alles aufhalten ja da leben noch paar ach der ist da noch oder was ne da ist niemand mehr hoffen wir mal dass er es schaffen dass er es schafft ich will die nuke starten naja guckt das suchen zwischen na da ist er seht dann das in dem ding drin aber ich hab doch da was gesehen egal we made it los 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 was wow okay das hat mich wahrscheinlich noch umgebracht als mensch yes ja die ist noch verreckt gut dann danke fürs zusehen man sieht's im nächsten part danke fürs zusehen auf jeden fall ja hab ich ja schon erwähnt bis dann tschüss mein gesicht ist bis dann Ay Vielen Dank.